So, dann probieren wir heute mal wieder einen Zeitfachen. Herzlich willkommen zurück zu Unifo Speed Heat. Untertitelung des ZDF, 2020 Können wir ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen verdammt eng jetzt. Jetzt ein bisschen wegkomme. Ein bisschen wegkomme. Ich nehme mal mit, das Geld. Dann geht es jetzt weiter mit dem Rennen hier. Aber wir werden nachher wieder in die Nacht gehen müssen. Lüßen. Lüßen. So, dann haben wir noch ein bisschen wegkomme. Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder schnell die Runde. So, letzte Runde. So, letzte Runde. So, Problem ist geschafft. So. So, um. Dann mal wieder ab in die Nacht. So. 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 So le, So. 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 Vielen Dank. Dann haben wir jetzt auch einen Zwifter beziehungsweise Übergangsweise. Wo war denn der Zwifting? Ich muss mal da hin. Ich muss mal da hin. Ich muss mal da hin. Jetzt machen wir mal ein bisschen Historie. Wofür wir jetzt ein neues Auto kaufen, wenn wir noch eins haben. Ich muss mal da hin. 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 Sekret interaction. Ich muss mal da hin. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep gesichert bekomme gerade. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep gesichert bekomme. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Rep. Bis dann.